Ja, Hallöchen mein Lieben und Willkommen zu einem Ankündigungsvideo und zwar Meine lieben Leute, ihr lest es ja schon im Titel. Erinnert euch gleich noch an die Ankündigung vor zwei Wochen, wo ich gesagt habe, dass ich eventuell einen Job habe. Ja, das hat sich jetzt relativ spontan ergeben, dass ich den Job bei KBS Group doch noch bekommen habe. Und zwar tatsächlicherweise jetzt wirklich, ich muss nur noch Sachen hinschicken. Montag wird dann der Vertrag unterschrieben und Dienstag kann ich schon anfangen. Also heute haben wir den 12.11. Und das heißt, am 16.11. beginnt es. Und tatsächlicherweise, also erstmal so, ich habe, was das für den Kanal ist, bedeutet folgendes. Ich arbeite da von 8 Uhr bis 17 Uhr, wahrscheinlich auch ein bisschen mal Überstunden. Das heißt, dass ich in der Woche über wahrscheinlich nicht so viel zum Aufnehmen kommen werde dann abends, weil ich dann erst 19.30 Uhr, 19.45 Uhr so ungefähr zu Hause bin und um 2.20 Uhr wieder schlafen gehen muss, weil ich um 5.45 Uhr aufstehen muss. Ist es erstmal nicht schlimm, da beklage ich mich auch nicht. Mir freut, dass ich überhaupt keinen Job habe und dass ich überhaupt endlich arbeite und Geld verdienen darf. Das ist mir das Wichtigste. Da muss erstmal der Kanal ein bisschen zurückstecken. Das ist auch nicht ganz so schlimm. Ähm, ja, ich wollte nicht nur Bescheid sagen. Ich habe noch ein paar Videos auf Vorrat. Äh, Super Mario, tatsächlich nicht immer ganz so viele. Ich glaube, ich gucke, ob ich heute noch ein bisschen mit aufnehme. Ähm, weil ich muss erstmal warten, bis ich den Rest verschicken kann, wie zu viel da ist, weil da nicht was so die ganzen Ordner sind und ich jetzt hier nicht rumräumen will. Ähm, ich könnte es vielleicht noch nachgucken, weiß ich noch nicht. Ähm, dass ich den Graben noch wegschicke, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, ja. Und danach muss ich halt erstmal schauen, was ich dann mache mit den, wie ich das mit Videos managee. Weil ich habe mich auf jeden Fall erstmal den lastigen Monatsanarbeitung und Fragen fort. Dann ab, äh, Dezember geht's nach, äh, Una, ähm, zur Einarbeitung. Da fahre ich dann mit einem anderen Kollegen hin. Und da bin ich dann erstmal ein paar Tage komplett in dem Hotel und so ein Kram. Das heißt, äh, da bin ich dann erstmal komplett weg vom Fenster in der Zeit. Und da kann ich nichts aufnehmen. Ähm, und ja, ich würde dann mal sagen, da wollte ich euch nur Bescheid sagen. Das wird hier eine kleine Umstrukturung wahrscheinlich geben mit dem Kanal. Übungsweise nicht Umstrukturung, sondern Videos werden erstmal weniger kommen. Und vielleicht erstmal gar keine, sondern erstmal nur die Autosturf-Videos und die Let's Nest-Videos, die sich relativ schnell und einfach produzieren lassen. Heute muss ich einfach nur den Ball aufnehmen und spielen. Da muss ich ja nicht großartig mit, äh, mitreden. Das kann ich einfach auch mal so in den Ball reinschieben und so eine kleine Aufnahme-Session. Und der Let's Nest hat einfach nur Musik. Ja, da wollte ich nur Bescheid sagen. Also, wir sehen uns dann tatsächlich beim nächsten Video auf diesen Leute auf. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.